Servus, grüß euch und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Asylum. Ich bin der Elemental Force und ich glaube jetzt kommt epischer Bosskampf, oder? Ja, epischer Bosskampf. Ähm, Tentakel? Ähm, Tentakel? Tentakel. Alter! Wow. Batman ist hart. Oh. Jeder Pflanze auf der Insel wird das gleiche passieren, wenn du nicht kooperierst. Es gibt eine Pflanze, die verborgen auf Arkham Island wächst. Nur sie kann mit der Wirkung des Titanstamms fertig werden. Wo kann ich sie finden? Im Versteck dieses Mörders Kroc. Nur sonst. Du hast nicht gedacht, dass es einfach wird, oder? Es ist nie einfach. Geh in deine Zelle, oder du bist als Nächste dran. Ich werde warten. Oh, ein Kampfkampf kann doch das Nächste Mal. Oh Gott. Wirklich? Das habe ich ganz vergessen. Wirklich? Oracle, ich muss einen Weg in Killer Crocs Versteck finden. Es liegt unter Arkham Island. Im System steht nicht, wo er festgehalten wird. Ich habe eine Tür neben der Bedhöhle gefunden, aber sie ist fest verschlossen. Es muss einen anderen Weg reingeben. Ich habe Aufseher Cash in der Villa gelassen. Mal sehen, ob ich über ihn rausfinde, wo Kroc festgehalten wird. Es gibt eine Tür in der Bedhöhle, wo du weißt nicht, wo sie hinführt. Ähm. Ah, egal. Okay. Oh. Komm, Karte. Zeige mir, wohin. Karte. Karte. Ah. In der Arkham Villa. Ah, wartet mal. Ja, muss man hier erst. So. Besser platzieren alles. Hey Batman, sieht so aus, als ob du falsch abgebogen bist. Hahaha. Hm. Macht mal Platz hier. Was zum Teufel ist das? Hoppa. Macht Spaß. Na, kommt. Autsch. Au. Man, gebt mir alle aus dem Weg. Ah, das alle? Das waren alle. Okay, das war easy. Ähm. Ich muss so aus, glaube ich. Ah, ja. Ach, ja, richtig. Hier. Wow, was zu... Was zu... Hier fällt alles aus einmal. Es ist nicht sicher, den Enderhacken zu benutzen. Ich muss hochklappen. Dazu auf die beiden. Wow. Was war das gerade? Hast du einen Verstand wie meinen Besieh? Was willst du, Riddler? Okay, ich muss... Okay, ich muss... Hey. Batman. Batman. Du hast Blut an der Backe. Upsa. Oh, zur Hölle muss ich eigentlich hin. Ähm. Raus. Hier nach. Hier nach. Hier nach. Okay. Also hier lang. Ich glaube immer noch, dass hier irgendwas ist. Ist hier richtig schön. Hey, leck mich, Fledermaus. Wir haben den Strom angestellt. Du bist da gefangen. Ja. Jetzt bist du nichts Besonderes mehr. Ja. Warum kommst du nicht... Was macht er? Er hat einen Weg gefunden. Das war easy. Geh. Weg von mir. Komm schon. Ach, tschüss. Tschüss. ja noch mehr bewaffnete ja 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 blablabla macht Spaß ok was mach ich mit euch es fehlen eigentlich zwei schon du bleibst alleine du bleibst alleine ok tschüss oh rein da ja ja hey wow wow wie hast du mich gesehen oh ist das nicht süß die kleine fledermaus schläft einer von euch soll ihn fertig machen wie hast du mich gesehen wie hast du mich gesehen Komm schon, wach auf. Verdammt, er ist ohnmächtig. Was machen wir jetzt? Halt noch den Zug weiter. Lasst ihn hier, schwärmt aus und findet die Fledermaus. Ich könnte... Ihr habt zwei von euch ausgeschaltet. Findet ihn. Was so machen? Oder ist es nur noch einer? Wo bist du? Ah, jetzt sehe ich dich. Ah, ein bisschen mehr davor. Jetzt höre ich dich. Und weg mit dir. Ah, klappt doch. Okay, raus hier. Ich will ihn tot. Ich will nicht, dass er wieder meine Babys verlässt. Oh, das ist... ...dass du die Arme rein wie weinend in ihren Garten gelassen hast. Sie ist auch so traurig aus. Oh, Junge. Ach, nö. Wirklich? Wir sind alle leicht irre. Kann das sein? Okay. Hier unten. Hier rauf. Mann, wow, seid ihr gut. Das hat mich jetzt ganze fünf Sekunden aufgehalten. Spetzenklasse. Ihr seid echte Schurken. Vielleicht bin ich einfach zu Hardcore. Oh, Junge. Titan muss auf Ivy eine andere Wirkung haben. Ihre Pflanzen wachsen. Bald sind sie nicht mehr kontrollierbar. Interessant. Interessant. Was ist das? Okay. Die Hülse enthält ähnliche Sporen wie die, die Ivy letztes Jahr bei ihrem Angriff auf Gotham verwendet hat. Sie sind tödlich. Und? Wie tödlich? Macht nicht viel. Wir sollten in die falsche Richtung geraten. Na, was ist, kommt. Na, komm. Na. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Danke. Man, ihr seid schwach. Und tschüss. Mach ihn. Mach ihn. Mach ihn. Mach ihn. Mach ihn. Mach ihn. Ja, danke Batman. Okay, wohin? Okay, richtig herkommen wir noch. Autsch. Na, so viel Schaden machen die auch nicht. Ha? Gebiss. Oh mein Gott, noch ein Gebiss. Noch irgendwo ein Gebiss. Oh, hallo? Was ist? Lauf, lauf weg, lauf weg. Und tschüss. Ein Upgrade. Ein neues Upgrade. Oh, was nehme ich, was nehme ich, was nehme ich. Äh, nehme mir das. Wow. Ähm, ich kann ich da jetzt rein? Eigentlich. Oh, ich kann. Ähm, ich will da rein, ich will da rein, ich will da rein, ich will da rein, ich will da rein. Ich 누구, das mache, ich will da rein, ich will da rein, ich will da rein, ich will da rein. Pues, ich bin da rein. Vielen Dank.